Was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen bei Lebenswendenwanderer. Du bist eventuell schon Teil meiner Masterthesis oder kannst es noch werden? In der Videobeschreibung findest du einen Link zu einer Umfrage, in der ich versuche zu erfassen, welchen Nutzen haben YouTube-Erklärvideos für Studierende. Und dafür habe ich unter anderem in den letzten Monaten unterschiedliche YouTube-Kommentare ausgewertet. Also an all die Leute, die hier immer ganz fleißig kommentieren und auch geschrieben haben, wobei ich ihnen eventuell geholfen habe, vielen, vielen Dank. Ihr habt das hier erst möglich gemacht, dass ich das hier so untersuchen kann. Und jetzt kannst auch du, auch wenn du noch keinen Kommentar geschrieben hast, auf diese Umfrage klicken und mir dabei helfen, den Nutzen von YouTube-Erklärvideos zu validieren. Seid ehrlich, wenn ihr die Umfrage ausfüllt. Es bringt nichts, wenn ihr da aufgrund von sozialer Erwünschtheit oder so das Ganze verschönt darstellt. Es ist alles anonym. Ich kann also sowieso nicht nachvollziehen, wer ihr genau seid. Und deswegen seid einfach ehrlich. Das hilft mir und der Forschung und den Ergebnissen am meisten. Denn ich werde natürlich nicht dafür benotet, ob jetzt YouTube-Erklärvideos einen Nutzen haben, sondern anhand dessen, wie sauber und gut ich gearbeitet und geforscht habe. Ich freue mich sehr, wenn ihr daran teilnehmt und es vielleicht auch in eurem Freundes- und Bekanntenkreis unter Kommilitoninnen oder vielleicht auch, wenn ihr Lehrende seid, unter euren Studierenden verbreitet. Und für die, die es interessiert, möchte ich vielleicht noch ein paar Sachen sagen, wie ich jetzt bei dieser Masterarbeit vorgegangen bin, warum ich überhaupt das Thema genommen habe, obwohl ich glaube, es ist klar, warum ich dieses Thema genommen habe. Aber ja, wenn es euch interessiert, dazu auch noch ein paar Worte. Ich habe bisher, das habe ich ja schon gesagt, ich habe YouTube-Kommentare ausgewertet und geguckt, ob sich in den Kommentaren anhand der qualitativen Inhaltsanalyse schon ein gewisser Nutzen abzeichnen lässt beziehungsweise analysieren lässt. Dazu habe ich mir noch die YouTube-Metadaten angeschaut und auch analysiert und aufgrund dieser beiden Forschungsschritte habe ich dann den Fragebogen erstellt. Warum mache ich das Ganze? Zum einen, weil mich das Thema einfach krass interessiert, weil ich hier jetzt auch so einen besonderen Feldzugang habe, weil ich auch diese YouTube-Metadaten habe und zum anderen, weil es auch noch ein sehr kleines und junges Forschungsfeld ist. Also dieses Thema YouTube als informelles Bildungsmedium ist noch recht neu. Es gibt Forschung, an die ich anknüpfen kann. Es gibt auch Literatur, an die ich anknüpfen kann. Das ist ja immer wichtig, dass ich jetzt nicht komplett was Neues eröffne, sondern dass es was gibt, wo ich anknüpfen kann. Das gibt es. Und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, daran weiter zu forschen. Also eventuell, man weiß es nicht, vielleicht promoviere ich noch, da auch mal eine Promotion darüber zu schreiben und auf dieser Masterthesis aufzubauen. Sprich, es ist zum einen eine große intrinsische Motivation da hinter dieser Forschungsfrage und zum anderen eben auch ein Forschungsfeld, was noch nicht wirklich groß beschritten ist. Was bedeutet, dass ich auch aus so einer strategischen Perspektive heraus eventuell meine Promotion darüber schreiben kann. Wer weiß, vielleicht mache ich das noch, vielleicht auch nicht. Das wird sich zeigen. Aber jetzt geht es erst mal, diese Masterthesis fertig zu kriegen. Und wenn die fertig ist und die Ergebnisse stehen, dann publiziere ich die auch hier über den Kanal. Dann werdet ihr daran teilhaben können. Ich werde euch wissen lassen, ja, was sind die Ergebnisse. Ich werde euch mit euch die Masterthesis teilen. Von daher, ja, ich freue mich sehr, wenn ihr das dann auch lest und wenn ihr jetzt vor allen Dingen an der Umfrage teilnehmt. Vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen vielen Dank an all die Leute, die in den letzten Jahren das hier kommentiert haben. Ohne euch wäre das hier nicht möglich gewesen. Von daher, wenn du mir noch einmal einen Gefallen tun willst, schau gerne noch einmal in die Videobeschreibung und nehm an der Umfrage teil. Es dauert auch gar nicht lange. 10, 15 Minuten, schätze ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns in allen den nächsten Videos wieder. Bis dahin. Peace.